Dhyana Gomukhasana ist die Meditationshaltung des Kuhmauls. Man könnte auch sagen die Kuhgesicht-Meditationshaltung. Archana, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt wie es geht. Du setzt dich neben eine Ferse und gibst den einen Oberschenkel über den anderen und so zeigen die Füße nach hinten und dann gibst du die Hände entweder auf das Knie mit Handflächen nach unten oder du gibst die Hände nach oben oder du kannst auch die Hände falten und dann sei es, du kannst sie auf das Knie legen oder auch in den Schoß legen. Das sind also verschiedene Handhaltungen in Dhyana Gomukhasana, das meditative Kuhgesicht. Kuhgesicht hat etwas zu tun mit den Füßen und vielleicht kann Archana sich gerade nochmal andersrum drehen. Man sieht es zum Teil auch von hinten. Praktisch die Füße sind so etwas wie die Ohren und eigentlich die Knie übereinander. Was man von vorne gesehen hat, gibt es so ein bisschen wie ein Maul und wenn die Kuh des Maul nach vorne räkelt und die Ohren zur Seite sind, dann ist das die Kuhmaule der Kuhgesichtstellung. Alle Informationen über Variation und Wirkung von Gomukhasana auf yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.